so gibt es ja nicht Arbeitsamt boah man jetzt ganz im Ernst ne so lol alter das gibt es doch nicht ich kaufe mir jetzt ne Waffe alter so gleich lachst du nicht mehr behind so so noch einmal Kumpel prägt er warum ich kann er wird dann sobald er in Gefahr kommt dass ich was macht nachdem ich bin ich schlaß mich schlaß dich auch bieten so diegel und Schutzweste gut so auf jeden Fall so dann noch gezielt noch einmal Kumpel kommt dann bin ich nicht mehr so nett habe noch ein K da davon kaufe ich mir noch kurz irgendwie Baseball Schläger oder so und eine Spraydose das wäre praktisch da gibt es nicht ja schlagkrieg damit ich ein bisschen mehr Schaden so wenn ich jetzt komplett pleite okay aber das hat sich gelohnt das ist doch nicht ausloggen lol okay alter hat mich auf jeden Fall richtig hart mitgenommen das war auf jeden Fall habe ich so gut jetzt ist er nicht mehr da ne Pilot wer ist jetzt wieder als Job an den Gültner gut ja das ist der Pilot so ist wieder genug für ach scheiße ich habe nicht genug Geld vermute ich mal scheiße das hatte ich nicht gedacht hm vielleicht kann ich irgendwie illegal fliegen halt ohne Schein damit ich mich halt nur nicht erwischen lassen darf aber wir dürfen nicht vergessen das SVP man kann schon da darf es gleich einsteigen höchstisch realistisch kann ich denn hier nicht mehr auf normal wechseln das ist das ja nervig naja wenn ich scheißegal Gut, noch kurz drüber ist ja nicht so lang Gott, ich muss aufpassen Ich hab grad schon fast meine ganze Rüstung verloren Naja So, hoffen wir jetzt echt, wann das funktioniert, sonst hab ich echt ein Problem Dann werde ich nämlich jetzt die Hoffnung beenden und ja, vermutlich erst wieder der Partag aufnehmen Weil ich dann jobben werde Lang, lange Und 4 100k Das werde ich nie durchziehen Scheiße Okay, dann werde ich mir kurz offscreen den Flugschirm holen, beziehungsweise offscreen Ja, das Geld für den Flugschirm holen Und wenn ich das dann absehen muss wieder, bis dann, und tscher So Und ja, da bin ich wieder, dann noch nochmal Let's play, L, Y, D Und die ist grad kurz verpackt, wir müssen uns warten Mal gucken, was online ist Oh Gott Oh, wie die ist wieder da Ja Sagt mir jetzt grad nix So, kann ich mich jetzt wieder anmelden Hello Das dürfte gleich funktionieren Also ich hatte das schon öfter, aber Eigentlich regelt sich das im Prinzip nicht So, ähm, wieder ohne Niklas, wie ihr merkt Ich bin jetzt, ähm, ja, da ist es Upsala, das war die Letzte So, ich bin jetzt auch wieder ein anderer Job, und zwar Bauer Ähm, ja, da kann ich dann bisschen Geld verdienen So, ich bin jetzt nicht mehr am Fahrrad Und, ja, wer wahrscheinlich merkt, nämlich zurzeit Richtig, ähm, ja, richtig gerade im Voraus aus Aus dem Grund, damit ihr das einfach zurzeit richtig Haben wir, weil ich für Bock macht, also Ähm, äh, ich, für die, die mich schon länger Ja, können länger schauen Die wissen, da ich hatte Immer Zeiten, da hab ich was aufgenommen Und dann wieder lang Pause gemacht Und das halt eigentlich nicht ständig gemacht Ähm, das Problem war eigentlich immer Ähm, ich hatte keine Motivation Weil, ja, letztes Mal, wo ich versucht hab Äh, was heißt versucht Wo ich wieder ein paar Videos mehr gemacht hab Hab ich vier Abonnenten verloren Und das ist nicht gerade das, was sich denkt Hey, erstmal weitermachen Hm, und jetzt, wie man sieht Erstmal zehn Abonnenten Boah, ich find das immer noch zweimal mäßig geil Zehn Abonnenten dazu bekommen Und das ist jedenfalls der Grund Ja, auf jeden Fall weiterzumachen Und auch mehr zu bringen Vielleicht sogar bald zwei Videos am Tag Wer weiß So Jetzt hab ich kaum was Die Stats wurden wieder ein bisschen zurückgesetzt Aber kaum Und zwar Ja, hab tausend auf dem Kondo Nicht so viel So Kurz hier hin Slashmieten Wie gesagt, wir speichern noch auf dem Pilotenschein Na